Moin. Gut doch. Hallo. Grüß Gotteli. Ja und deswegen bauen wir die neue Rampe, falls du's noch nicht. Ah ja, aber da braucht ihr doch sicherlich meine Hilfe. Äh, nicht nötig. Doch. Nein, doch. Ihr könnt... Nee, da zu dir hab ich gesagt. Doch, ihr könntet euch verletzen. Scheiße, ich hab schon wieder in die Kamera geguckt. Cut. Cut. Seit Jahrhunderten verfolgt... Ah, nochmal zurück, ganz kurz. Seit Jahrhunderten... Verdammt. Ah. Du brauchst. Text, was meinst du? Also für mich war die gut. Vorsicht, da nicht drauf treten. Mess, 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 Mess. Oben Mess, unten Mess. Vier Mess, dort Mess. Da Mess. Lass uns nochmal hochkommen, jetzt. Nein Herr Klute, das ist eine Normgeruhe. Röhrer 30, da. Warte, ich kann dir helfen. Ah, 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 ah. Fritz, du bist krank, du musst dich ausruhen. Ich hab's doch mal. Ah, 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 ah. Mach das jetzt noch nicht. Mach das jetzt noch mal rein. Mach das jetzt mal rein. Schreibe mich nicht so an. Entschuldigung. Das Lächeln fällt mir heute sehr schwer. Tschüss. Guck mal, ich hab hier gedacht, wir machen es flexibel. Hast du es nochmal verändern müssen? Ich muss noch mal, ich komm noch mal rein. Aber das dürfte als Beweis gehen. Die Teilnehmer, so weiß ich, Herr Linde. Ja, bis später. Das ist sehr lange, total. Das war drei Stunden, bis ich aus dem Bildrolle mache. Nein, ich werde ihn erst am Montag kennenlernen. Ich würde gerne einen guten ersten Eindruck bei Ordnungsamtsleiter. Nutzt Ordnungsamtsdirektor ihn. Jetzt hab ich ihn falsch. Ein, zieh. Mutti. Ruf, ruf, ruf. Ich kann gar nicht mehr ohne Double-Tag irgendwas. Gleich schon Double-Tag. Reicht, oder? Feierabend, würde ich auch sagen. Jetzt kannst du mich nicht mehr sehen, ich sehe aus. Was ist das? Das war die Abordnung.